Ich werde ein, zwei Punkte und dann ist die Verbannung schon wieder auf. Verdick dich mal. Willst du aufraben? Warte, ich mach den. Leise. Nächster ist Ragen. Mist. Kackfie. Ich meine jetzt diese scheißblöden Rhyme-Stars, die wir ausgelöst haben. Oh, hier müssen wir wieder abpassen. Oh. Irgendwo da drüben ist ein Pferd losgegangen. Recht nahe. Er hat gewirrt einmal. Generell ist meistens immer einer hier, Jäger. Oben die Hexe. Warte. Stört. Ja, schön. Weg. Der Punkt ist ruhig. Hier wäre noch, ähm, ein Werkzeug. Sweetbell oder Nicole's Gefängnis. Äh, wir gehen 240. Bei uns 240 nah. Nee, meint ihr. Das ist auch nochmal eine Bär, äh, eine Alligator-Bärmpfälle, genau. Alligator-Pfälle. Laufen wir jetzt Gefängnis, oder was? Äh, jo. Ist das Gefängnis? Nee, das ist Sweetbell-Getreidemühle. Wer läuft's nicht, wie da ist? Graben. Ach, wir wollen ja nochmal Raben. Ach, okay. Nee, hab ich gesagt, ey. Also, man kann's ja übertreiben, die überall hinzusetzen. Die haben nochmal welche, ey. Unfassbar. Wer ist der Boss? Okay. Okay. Kriegst du den? Jo. Achtung, gelbe Fässer aufpassen. Da tue ich Finger hinlegen. Ähm, Stolperdraht. Seid ihr beim Boss schon drin, ja, ne? Ja, ja, ich mach den schon. Ölsporn, wie gesagt, aufpassen. Auch beim Fass hier unten. Ja. Die Treppe nicht runterlaufen beim roten Fass. Ich sch getirbissest. Die Treppe nicht mit der Bhone ist. Ja. Die Treppe nicht runterlaufen beim Kopf hinweisen. Ich schneue roten Fass. Die Treppe nicht dringend werden, ImperialID. Die Treppe nicht runterlaufen beim optimizationen. Verlet deterioriert habe ich mich noch im Kopf. Oh, wow! Oh, wow! Die hat schon wieder mit mir die Scheißspinne, ey. Ich hasse sie. Das Gift, okay. Ich noch weiß. Ja, es kommen aber schon Schüsse näher. Ja, wir müssen uns beeilen. Wenn die mal stehen bleiben würde die alte Fucke schon wieder. Ja, 270 sind Schüsse. Könnerisch. Losgauen. Noch weiß. Habt ihr irgendwo Spezialmoni rumliegen gesehen? 270, 285 sind Schüsse. Verbannung hat gezählt. Ich hab keine Pfeilen gesehen, ne? Gar nicht, ey. Ach, der hat, verdammt. Ne, fallen sind hier keine drinnen, ey. Braucht jemand Munition? Ich muss mal eine Kiste aufstellen. Hm, ich leider noch nicht. Ich leg mal hier unten einige Dinge hin. Na doch, ich brauch da eigentlich eine normale Spezialimension, glaube ich. Ne, ich bin voll. Ich hab überhaupt noch nicht. Oh, das rote Fass. Warte mal, ich mach mal das rote Fass hier draußen weg. Jo. Oder du machst Dings, hast du keine Falle oder so? Nein. Ja, das könnte aber gefährlich sein, wenn da uns jemand das predikten möchte halt, ne? Ja. Warte, dann möchtest du uns gleich sofort an. Das geht gleich los. Ich hab auch kein Stacheldraht mehr oder sonstiges. Nein. Auch nicht. Und keine Falle hier zu sehen. Draußen vielleicht irgendwo. Pass auf, auf den Ölspuren und sonstiges. Und am besten nicht die Treppe hochgehen, wo das rote Fass ist. Da hab ich auch eine Stolperfahrtradfalle. Also, gelbe Fässer, Ölspuren draußen am besten immer sehr aufpassen. Und rote Fässer. Oh, wir sind mitten drinnen, ey. Jo. In der Mitte der Karte. Jo. Aber zumindest hat man eine Verbandung gezählt. Verbot. Und hier drinnen eingesperrt zu sein, ist auch nicht so geil, ja. Ne. Blöde ist, hier können die halt voll reinkommen, ne? Jo. 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 Sag mal, einmal ruhig bitte. Jo. 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 Achtung, der Grumpy Mann Brauch den, mich nicht, ich brauch den doch Du brauchst ihn mit der Erstickungsbombe Was passiert hier gerade? Ist tot Keiner zu sehen Hab noch eine Sekunde Wir laufen Parkett, Leute, wir müssen 180 Da ist noch mal einer mit der Ding Mit Brenner, ja, da ist noch mal ein Brenner Ich hab ne, denk ich Ach du, okay, mach du Ich hab ne zwei, ich weiß nicht warum Ja, wieso hab ich nicht getroffen, Alter Mann, bleib doch einfach stehen, du Depp Du bist jetzt tot, ja Oh War ich, war ich, war ich Brauch noch unbedingt Abschlüsse mit dem, mit der, äh, Dings Ich guck nochmal Nix zu sehen Na ja, aber komm mal langsam bitte in unsere Richtung Bin ich doch, bin ich doch Bin ich doch, komm mal drauf Oh Hunde, und da sind irgendwo Raben hochgegangen Das war wegen mir Guck nochmal Nix zu sehen Oh nein Oh nein Das sind übrigens Wasserteufel, keine Feuerteufel Sehr gut Ja, GG War ja einfach irgendwie Wir müssen aber auch mal langsam ein paar Leute wieder töten Ja, ich weiß War aber keiner da, die hatten da irgendwie hinten zu tun Wie viele Verbannungen brauchst du jetzt noch oder Trophäen, was du rausbringen musst? Ja, jetzt noch zwei Zwei Verbannungen brauch ich Zwei Stück noch Ich bin mir gefallen, wenn da noch irgendjemand meine Fallen reinlaufen würde Ich glaube, jetzt sehen sie ja nicht mehr Fächer nehme ich mit Arzten Und dann war es das schon Zwei Stück noch Oh, schon wieder ein Ding Tribut Vielen Dank für die 50 EP Und dann war es das schon Und dann war es das schon